Rebell of Loyalty ist eine wunderschöne Gruppe mit Identitären, genauso wie ich, und ich bin dabei echt so akzeptiert, das ist echt so cool für mich, und es gibt Leute aus Deutschland und aus der ganzen Welt, finde ich. Ich habe auch eine Frau aus der Türkei gefunden, und sie ist auch cool mit den Erkünften. Ich bin Identitären, ich habe viele Erkünfte, das ist voll verrückt, und ich bin echt sehr stolz und sehr froh, dabei mit Ihnen zu sein.